Wir sehen hier das Nevo von Ries & Müller, eine der spannendsten Neuheiten für die Saison 2016 aus meiner Sicht. Es ist ein Unisex-Universalrad für Damen und Herren gleichermaßen geeignet, mit einem bewusst tiefen Einstieg und der Integration des Akkus in den Rahmen. Dadurch bleibt der Einstieg frei und das Rad wird wirklich bequem und ist trotzdem sehr schön zu fahren und belastbar. Das Rad hat den Bosch Performance Line Antrieb, selbstverständlich schon mit dem neuen 500 Watt Akkupack. Es gibt es in verschiedenen Getriebenabend-Varianten oder einer Kettenschaltung und in mehreren schicken neuen Farben. Neben Mitternachtsblau und Racingrot ist das Nevo auch in weiß erhältlich. Weitere Ausstattungsdetails, gefederte Sattelstütze, Santur NCX Federgabel mit Lockout, Abus Shield gleichschließend mit dem Akkuschloss, Scheibenbremsen und Schwalbe Big Ben Ballonbereifung. Das neue Riese & Müller Nevo kommt als City mit 8-Gang-Nexus, als Tourring mit 10-Gang-Kettenschaltung und als Novinci mit dem stufenlosen Novinci-Getriebe in Kombination mit Riemenantrieb. Preise ab 3.399 Euro